so muss ich hier mal was töten was was treffen auf jeden fall das mache ich mich hier voll zum deppen ah die Vögel Hallo und willkommen hier ist wieder Lead Gaming mit Star Wars Battlefront Beta ja so 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 Ich werde die MTT verabschieden, bevor es in der Royal Palace geht. Ich habe ein Arsenal von Ion Disruptors, die Sie tun. Wenn wir nicht verabschieden, dann wird es schwierig. Sie sind verabschiedet! Ah, das war knapp. Der hatte schon zwei zusätzliche Karten. Sein Charakter. Aber er ist eine. Die macht ihn nicht wirklich glücklich. Ah, Mist. Läuft nicht so gut. Irgendwie dominiert das Team schon ein bisschen. Das Gegnerische. Vor allem auf der einen Seite. Ja, ist ja gut. Wie machen die so Rollen? Das finde ich... Das habe ich noch nicht herausgefunden. Bis zum nächsten Mal. Das ist doch gewünschte Mal. Das ist wirklich egal, was er zieht. Die Schrauben. Das ist schön, die Schrauben. Das ist für unsere Schrauben. Das ist... Das ist eins. Das ist meine Schrauben. ein wenig Ich habe das Gefühl, ich bin hier auf der rechten Seite, zieh mich alleine. Hmm, ich bin hier auf der Seite. Oh, oh. 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 Die habe ich zu spät gesehen. Hm, nee. Weiter geht's. Grenade aus! Das ist ein Hitsch. Got the FTT. Eye on Disruptor on target. ah nicht funktioniert weiter die fänden los fern Ei, ich triff den Kopf nicht. So, jetzt habe ich ihn getroffen. Da ist noch einer. Raus, du Fliegel. Okay, ich bin das jetzt. Schau mal hin. Wir haben noch genügend Tick, Sie Jungs. Wir müssen das Gefährte mal ein bisschen mehr aufhalten. So, oh, shit. Ah. Da bleich zu weit vorne. Nein. Ich bin schaden. Danke. Hey, 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 sind die weit vorne. Ja, irgendwie schießt der noch drauf. Aber der hat etwas nicht ganz verstanden. Oh. Oh. Oder besser gesagt, abkühlen lassen. Und ich stehe da noch schön oben drauf, dass ich der Herr unterschiesse kann. Ei, ei, ei. Los. Was kriegen wir noch hin, Jungs? Mein Kill. Abkühlen. Das geht anscheinend nicht. Guck mal. Nein. Irgendwie kann ich da nicht anständig abspringen. Jopp. Erwischt. Ah. Der hat mich jetzt erwischt. Nein, cancel. Da. Start. Ha, ha, ha. Das wird jetzt noch viel Spaß machen. Das war knapp. Jetzt bin ich wieder hier. Mit dem. Sehr schön. Jetzt habe ich aber schon alles auf gut an. Das ist eh schon. Das ist eben gut. Gut. Niemals bewirkt. Hat sie sich selbst fühlt? Das fühlt sich davon ab. Oh, oh. Mann, ich kann mich da nicht wegbewegen. Was fand ich das jetzt gerade? Ah, ich hätte noch viel mehr machen können. Ich kann mich plötzlich nicht mehr bewegen. Was ist denn das? Mist. Jungs vor, die müssen verteidigen. Ah, zu sehr auf den Eintrag geachtet. Das war keine gute Idee. Ja, hat doch noch überlebt. Oh, oh. René, mach weg! Leg sie um, tötet sie alle. Geschafft es. Los, 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 los. Ihr könnt es schaffen. Sie haben nur noch drei Tickets. Sie haben kein Ticket mehr. Wir haben gewonnen! Victory! So, jetzt hoffe ich, dass ich mal angreifen kann, dass ich mal da auf Moor spielen kann. Haha, ha, ha. Gen Pubedavit. Bis zum nächsten Mal.